Musik Wir sind mit über 10% vorn, das heißt ich habe diesen Wahlkreis dank eurer tollen Unterstützung wieder direkt gewonnen. Das ist für mich eine große Freude. Dankeschön. Aber wir können heute auch einmal deutlich sagen, wir haben eine tolle Arbeit geleistet in dem vergangenen Jahr. Wir haben eine tolle Arbeit im Bundestagswahlkampf geleistet und hier sage ich auch Dank an die Frauenunion und ich sage vor allem auch Dank an die Junge Union, dass sie jetzt unterwegs sind, dass aber auch viele hier sind. Wir haben wirklich ein Bier miteinander verdient. Ich sage einfach Freibier und freie nicht alkoholische Getränke gibt es jetzt dafür, dass wir als CDU wieder diese Regierung stellen, dass ich euer Vertrauen, eure Unterstützung habe, diesen Wahlkreis wieder direkt zu vertreten. Und dass wir in drei Wochen sagen können, die drei direkt gewählten Landtagsabgeordneten Jörg, Jörn und Thomas führen dazu bei, dass wir auch das noch schaffen, nämlich eine CDU-geführte Landesregierung zu bekommen. Wir sind ein starkes Team, eine starke Familie. Toll, dass ihr da seid. Auf geht's, ein Bier und dann gehen wir in den Landtagswahlkampf. Vielen Dank.